Noch einmal eine Chance für die leidenschaftlich Kämpfe in Magdeburg. Das ist Dirk Hannemann beim Freistoß. 88. und Tor! 3 zu 3! Und schon wieder Hannemann, der traf schon gegen den FC Bayern München. Ja, was für ein Spiel! Unfassbar sensationell und was für eine Schlussphase! Super Freistoß-Tor von Hannemann. Ausgleich!